Der Sieger des diesjährigen Ballon d'Ors soll feststehen, dass zumindest Berichte Telefood, sie wollen es herausbekommen haben, sie leaken quasi bereits den Gewinner und ich will euch das natürlich auch nicht vorenthalten. Laut Telefood ist es Benzema, der diesen Preis bekommen wird. Ja, es ist ja nix, es ist ja morgen, es ist soweit, das rede ich ja eigentlich. Und laut Telefood, wie gesagt, wird Drogba, wird an Benzema diesen Preis überreichen. Okay, also ich persönlich weiß nicht, ob Telefood da jetzt einfach spekuliert hat und einfach mal rausgehauen hat und ob sie wirklich da einen Insider-Informationen haben, dass Drogba dann an Benzema ihn verteilt hat. Aber ja, ich glaube es jetzt mal und ich glaube alles andere wäre auch spektakulär gewesen. Bei aller Liebe zu Lewandowski, dieses Jahr hat es einfach Benzema mehr verdient. Lewandowski hätte es die Jahre zuvor, die beiden Jahre zuvor mehr verdient gehabt. Letztes Jahr in meinen Augen mehr als Messi und davor wurde er abgesagt. Lewandowski hat ja auch so quasi als Witz gesagt, ja Benzema muss es bekommen, wenn nicht wieder abgesagt wird. Also Lewandowski scheint es immer noch mitzunehmen. Ist ja auch schade, jetzt wird er vielleicht in seiner Karriere ohne Ballon d'Or bleiben, nur weil in dem Jahr, wo er am krassesten war, dieser Wettbewerb abgesagt wurde, obwohl Fußball weitergespielt hat. Also ohne jeden Sinn und Verstand wurde Lewandowski um seinen Ballon d'Or gebracht. Naja, also Benzema anscheinend der neue Sieger. Ob Telefood da wirklich die Wahrheit sagt, sehen wir morgen, aber ich gehe ganz stark davon aus. Eure Meinung in den Kommentaren, wir sehen uns später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Heute ist ja viel Fußball, Freunde, übrigens nochmal an der Stelle. El Clasico, Liverpool gegen Man City, Bayern gegen Freiburg, Marseille gegen PSG. Also, oh Freunde, schaltet auf jeden Fall ein. Wir hören uns garantiert später wieder und denkt dran, haltet den Ball richtig flach. Schon wieder einfach finde ich. Ja, danke.